Guten Morgen und grüß Gott. Schön, dass Sie dabei sind und eingeschaltet haben. Wir wollen jetzt gleich miteinander die Heilige Messe feiern. Noch stehe ich vor der Kirche hier in Pautsfeld. Gleich werden wir gemeinsam hineingehen. Vielleicht wollen Sie vorher noch einmal kurz auf Ihre Pause-Taste drücken und sich eine Kerze zur Hand nehmen. Wenn Sie wollen, stellen Sie diese doch angezündet neben sich, an den Küchentisch oder an den Schreibtisch oder wo immer Sie sich auch befinden und den Gottesdienst mitverfolgen. Nehmen Sie auch ein Gotteslob zur Hand. Denn wir singen auch heute in diesem Gottesdienst Lieder gemeinsam und wir beten. Sie sind eingeladen, ganz herzlich das mitzutun. Das erste Lied, das wir gleich singen werden zum Kyrie, ist Nummer 164. Und zum Zwischengesang, auch das möchte ich Ihnen vorab schon sagen, die Nummer 883, die erste und die dritte Strophe. Ihnen allen eine gute Andacht.